Wir haben jetzt mit der 5-1-4-2 versucht und das ist eine starke Parade von Marie Andresen. Wo kam ihr Fuß auf einmal her? Jetzt kommen die Gäste wieder und Andresen ist unten und pariert das Ding. Klasse gemacht. Und wieder abgefangen von den Gästen, Tempogegenstoß und die Parade von Marie Andresen. Und sie pariert. Oh mein Gott! Sie haben noch fast reingegangen, da waren sie ein bisschen irritiert. Sie guckt dann noch irgendwie so. Und fischt ihn dann noch weg. Und dann der Gegenstoß, Lott. Und Andresen pariert. Ganz stark. Da wäre es fast der fünfte Treffer für Lott gewesen, aber Marie Andresen vereitelt das Ding.